und ich mache uns da glaube ich sogar noch mehr oder keine ahnung schon wieder Lava nein es wird auch sterben aber es ist alles weg ganz toll ich glaube da müssen wir noch mit besserer Rüstung rein oder cool dann müssen die Kabel jetzt auch weg echt ja was ist das für ein schöner Bug du bist schuld so 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 was brauche ich dafür noch ein Redstone und ein Silber mit Redstone da hat kunst auch wieder Energie sehr schön dann kann ich auch noch ein Steamed oder muss schnell ok nur Wurfe für Notfälle so Silber let's go cool was brauche ich dafür noch das war eins,zwei also und so jetzt haben wir zwei Magnetik Dynamo hier jetzt gibt es noch mehr 8... 10... 8, 9, 10, 11... Ähm... Ähm... Machen wir mal... Ja, keine Ahnung. So, ich steck davon, noch einen... Letzt... Ah, glaub ich. Ich brauch... Eisen... Dust. So. Und dann brauch ich noch ein bisschen, äh... Eisen. Ach, ich brauch noch mehr, so. Ach, jetzt halt. So. 1, 2, 4... So, jetzt haben wir davon 3... Ich hab das Gefühl, meine Maus ist ein bisschen laut, oder? Äh... Keine Ahnung. Alles nicht. So, jetzt sind wir auf 5, Magmatic. Reicht das mal, oder? Bin klar. Oh... So... Oh, alles nicht. Ach... Danke. Bitte, bitte. So, zwei davon... Zwei davon... Zwei davon... Zwei davon... Zwei davon... Zwei davon... Davon... Was brauch ich noch? Na, das... Ähm, das... Ähm, den brauch ich... Immer einen unten... Ta-da. Bauen wir gleich mal was schönes. Was baust du denn? Einen Schlüssel. Nein, ist hier. Meinten, meinten, meinten. Was ist das? Hier, jetzt hin, da. Maschinen abzubauen. Eins, zwei, drei, vier. Da ist nichts mehr drin. Was bauen wir noch? Keine Ahnung. Sollen wir nochmal gehen, oder? Was ist der Schraubenschlüssel? Oh. Ich hab grad immer schon mehr ausgeputzt. Ah, passt. Wieviel, wieviel, äh, Dings macht... Diamant, äh... Diamant macht sieben. Ruby macht acht. Oh, das ist Kabel. Kabel, Kabel, Kabel. Kabel. Hey. Nicht verrecken. Ja, ne, ich stand nicht. Nein, nicht da hin. Na, was machst du da? Hey, geh mehr. Willst du noch mehr Kohle ausgeben? Guck mal noch mehr. Oder was ist das? Aufsehen, ich bin grad in keinem Wasser. Warte mal, hör mal. Weil es einen Wasseranschluss braucht. Soll ich den Wasseranschluss benutzen? Ja, natürlich unten drun durch die Query. Nicht die Query, die Pumpe. Äh, die Pumpe. So. So. Wasserleitung, Wasserleitung, Wasserleitung. Da. Ja. Wundervoll. Jetzt musst du dann noch Kohle rein. Ja, genau. Blatt. Das tut die dann aber direkt in die Leitung, ohne da in die Box, oder? Wir bauen das so um, dass ich die dann da oben reinhau. Ja, komm, das mach ich schnell. Weißt du. Ich geh wieder näher. Mach das. Ah, doch, ich nehm den Bogen mit. Pass auf, hier ist ein Loch. Hä? Was? Wo? Hab ich's nicht gesehen. Ja. Mach aber nicht, weil ich weiß dann nicht gleich alles ab. Ach, stimmt das so gar nicht. So. 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 Okay. So. 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 ARD Text im Auftrag von Funk